Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Free2Play Challenge. Heute werden wir auf jeden Fall unseren ersten Ligakampf machen, wenn das direkt geht. Wir haben nämlich jetzt 79 Trueren und man braucht halt 70 um zu starten. Außerdem hat sich hier schon ein bisschen was verändert, einige Sachen schon ein bisschen höher gelevelt. Zum Beispiel habe ich die Bogenschützen in Barbaren schon auf Level 3, noch einen Wizard auf Level 4, dann die anderen Sachen auch auf Level 3, den Riesen hatte ich in der ersten Folge glaube ich auch noch nicht. Dann habe ich noch den Kobold, den Feuerball, das Swapbuch und den Charge bekommen. Also gibt es hier schon viel Neues. Außerdem habe ich hier einen sehr coolen Bogen, der halt Feuer auf die Türme macht, die ich halt abschieße. Dann kriegen die jede Runde halt Damage dazu und das Nachbargebäude kann auch noch angebrannt werden. Und dann habe ich noch einen Prinzen Equipment bekommen. Erstmal sieht es sehr gut aus und außerdem macht es halt, dass auch die Gebäude daneben etwas Damage mit kassieren. Wir haben hier im Shop Glück gehabt und haben hier ein paar Free Sachen, die gönne ich mir natürlich direkt. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ich habe hier bis hierhin noch immer alle Touren geschafft. Hier wurde es dann schon ein bisschen schwerer. Hier habe ich bis jetzt auch noch alle geschafft. Dann würde ich sagen, kämpfe ich aber als erstes mal hier die Nummer 3. Denn hier brauche ich nur einen und dann versuche ich mal es diesmal komplett zu schaffen. Wir haben hier direkt schon ein paar Prinzen sehr gut stehen. Ich würde sagen, da kann ich gar nicht anders als es machen. Und ihr habt schon gesehen, wie geil die Fähigkeit meiner Prinzen ist. Wir können jetzt theoretisch mal gucken, was der Charge machen würde. Wir würden tatsächlich schon beide Türme bekommen. Man könnte natürlich sagen, dass es ein bisschen gewastet wäre. Aber ich finde es eigentlich extrem strong. Dann hoffen wir, dass wir ein Barbaren bekommen. Zwei sind ein bisschen zu overrated, würde ich sagen. Was ist schlauer, ein Prinz oder zwei Barbaren? Ich glaube zwei Barbaren. Dann gucken wir mal, wo sich der Feuerball mehr lohnt. Ich glaube, hier sind mehr auf einem Fleck. Dann haue ich das jetzt mal ordentlich hier rein. Dann können wir eigentlich ja direkt schon alle töten mit dem Magier. Nicht alle, aber viele. Okay, das wäre jetzt auch wieder ein bisschen zu overrated mit den Prinzen. Da würde sogar einer ins Nichts gehen. Ich würde sagen, wir setzen einfach zwei Riesen ein, oder? Ja, ich setze einfach zwei Riesen ein. Dann setzen wir die jetzt ein. Und zum Start. Wir haben einen Prinzen zu wenig. Die Fähigkeit wird leider noch nicht aktiviert. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir am besten anfangen sollen. Ich würde sagen, wir setzen aber als erstes. Ja, das ist doof, dass hier ein Goldlagerpott kaputt geht. Das würde ich gerne schon vorher kaputt haben. Aber andererseits können dann alle Magier zusammenschießen, wenn ich die Prinzen als erstes einsetze. Aber ich finde das Goldlager zugewastet. Wir riskieren es. Wir riskieren es und schießen den Feuerball. Äh, und schießen mit den Magiern. Jetzt kriegen wir hier schon deutlich mehr kaputt. Aber ich würde sagen, wir schrotten noch vorher. Egal, was ich setze eigentlich. Ich glaube, der Magier stirbt trotzdem. Bin mir aber nicht komplett sicher. Ich würde sagen, wir setzen erstmal den Riesen, damit wir auch die hinteren Gebäude mit dem Prinzen attackieren können. Oh, der Magier hat sogar überlebt. Das ist natürlich sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal alles mit den Prinzen fertig. Und dann müssen wir nur noch die X-Bogen loswerden. Dann würde ich sagen, setze ich als erstes mal den Magier ein, der sonst sterben würde. Vielleicht überlebt unser Barbar. Ja, das hat er gut gemacht. Dann setze ich erstmal den Magier ein. Ja, das müssten wir gewonnen haben. So, und damit haben wir auch schon die letzte Chest, die uns gefehlt hat. Jetzt können wir uns sogar einen Namen eingeben. Dann nennen wir uns mal Nice Guy We2Play. Und wir können hier schon die erste Liga-Runde starten. Würde ich sagen, starten wir direkt mal rein und ich mache mein erstes Liga-Match. Bis jetzt sind wir noch ganz weit unten. Beziehungsweise sind ja auch gar nicht so viele Leute drin. So weit unten sind wir dann doch gar nicht. Aber hier haben auch viele noch keine Runde gespielt. Der ein oder andere durfte auch schon gestern sein Spiel machen. Aber jetzt sind wir erst dabei. Jetzt müssen wir natürlich gezielter vorgehen als sonst. Hier das Ganze ist natürlich deutlich schwerer. Jeder Turm ist wichtig. Wir sind froh über jede Stage, die wir schaffen können. Hier haben wir viele Barbaren zum Einsetzen mit dem Charge. Das Problem ist, viele würden auch auf die Mauer gehen. Egal, wir setzen trotzdem den Charge ein. Denn dann haben wir auch ein paar mehr Sachen auf einem Platz. Es wäre cooler, wenn unsere Kobolde ein bisschen zusammen chillen würden. Dann würde ich sagen, setzen wir ein Barbar oder wir setzen ein Bogenschützen ein, um schon mal das erste Goldlager da loszuwerden. Jetzt würde unser Magier sterben. Oh, jetzt habe ich auch Versehen mich verklickt und habe den Riesen gesetzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Das war ärgerlich. Ich wollte einfach nur dem Dings wegtun. Aber jetzt habe ich einen kleinen Plan. Die Magier wären halt unnötig zu setzen. Nur für das eine wären die unnötig zu setzen. Aber ich glaube, dann muss ich die Kobolde schon so setzen. Auch wenn wir sonst sehr viele Kobolde auf einem Fleck gehabt hätten. Was natürlich auch sehr cool gewesen wäre. Aber darauf müssen wir dann leider verzichten. Aber so überlebt wenigstens unsere Magier. Hätte ich hier zwei Riesen, wäre das natürlich sehr, sehr nice. Aber wir kriegen auch keinen mehr nach. Vielleicht war der Charge am Anfang mit dem Barbar noch nicht so schlau. Ich habe jetzt einfach mal den Riesen gesetzt. Ich könnte zwar auch alles töten, aber es wäre natürlich auch cool, gleich noch die Magier zu haben. Aber wir setzen es ein. Jetzt setzen wir halt noch ein paar vereinzelte Kobolde ein. So, jetzt ist die Frage, was wir nehmen. Ich glaube, die Rockets, die habe ich eigentlich gar nicht richtig frei, glaube ich. Aber es ist die Frage, nehme ich die Rockets? Das sind halt drei Gebäude bestimmt. Also ich weiß nicht, wie die auf Level 1 Damage macht. Barbaren wären aber auch stark. Vor allem sechs Stück. Ich nehme mal die sechs Barbaren. Ich würde jetzt sagen, wir setzen hier einen schön gekonnten Feuerball hin. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall zwei Prinzen und noch einen Feuerball. Jetzt hätte ich gerne ein Zweitbuch. Aber das ist ja leider nicht dabei. Dann könnte ich die ganzen Bogenschützen miteinander verbinden. Aber ich glaube, ich setze einen Kobold, damit wir jetzt eine richtig dicke Kombo haben. Die ballern wir dann direkt auch raus. Hier seht ihr auch, wie gut diese Karte eigentlich ist. Natürlich gibt es wahrscheinlich bessere. So, die Barbaren würden sehr viel töten. Aber die Barbaren sterben auch nächste Runde nicht. Aber die würden auch die Kanone töten. Aber der Magier würde, glaube ich, trotzdem draufgehen. Der Linke, der Rechte stirbt sowieso. Ich glaube, trotzdem sind die Barbaren das Schlauste. Ah, doch nicht, doch nicht. Ich dachte, die gehen nicht auf die Gebäude, die sowieso schon brennen. Weil die sich ja gar nicht lohnen, angegriffen zu werden. So ist es jetzt nicht schlecht. Wir kriegen die beiden Gebäude und schlagen noch eine Mauer auf. Und jetzt nehmen wir natürlich acht Magier. Das ist keine Frage. Die können auch schon direkt Magic machen, wie die schon so gesagt haben. Das lassen wir die auch direkt machen. Das war, denke ich, relativ stark. Und dann nehme ich die drei Kobolde. Ah, ich nehme die zwei Riesen. Und hier würde ich sagen, setze ich die Bogenschützen ein. Da muss ich gucken, ob ich das überhaupt noch schaffen kann hier. Wegen dem Prinz wäre es vielleicht schlauer, die Mauer aufzusprengen. Ich glaube, das machen wir. Dann setzen wir mal die beiden Prinzen ein und gucken, was wir noch für ein Buch bekommen. Ich glaube, ich kriege ja... Oh, ich kann also doch das Swipe-Buch auch mal benutzen. Dann wäre das Swipe-Buch hier schlau. Wir nehmen das Charge-Buch für vielleicht später noch mit. Hier würde jetzt von mir alles auf den Turm gehen, außer meine Kobolde. Deshalb werde ich auf jeden Fall Kobolde spielen. Aber ich glaube, ich benutze sogar den Charge dafür. Ist das Gebäude schon mal weg? Nein. Ich dachte, das Gebäude würde jetzt endlich mal komplett wegbrennen. Aber es steht immer noch. Es hält tapfer durch. Aber ich würde sagen, es ist eine größere Verschwendung, die Riesen jetzt auf das zu setzen. Deshalb setzen wir die Magier und den einen Turm bekommen wir, denke ich, auf jeden Fall noch. Aber beide leider nicht. Wir benutzen das Buch dafür. Ist ja jetzt egal. Und wir haben zwei Stages und sieben Defenders geschafft. Nicht super stark, aber fürs erste Mal denke ich ganz okay. Ich gucke mal, wie es hier in der Liga aussieht. Wir sind Vierter und zumindest der hinter uns hat auch nur zwei geschafft. Und der vor uns hat auch nur zwei geschafft. Der andere hat es noch gar nicht versucht. Und der eine hat drei geschafft. Aber sonst waren wir einfach, waren wir ganz gut im Mittelfeld. Und wir haben es sogar fast geschafft, noch den letzten Tower zu bekommen. Ich weiß gar nicht, warum hier nicht steht, wie viele Gebäude der noch mit kaputt gemacht hat. Aber doch, der über uns ist sogar genauso gewesen wie wir. Also sind wir quasi auch Dritter. Fand ich eigentlich eine ganz okaye Leistung von uns. Ich werde jetzt noch ein bisschen offline mir hier die Goldkisten schnappen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal.